nein falsche richtung scheiße なるほど 姫様 それは敵が増えるということですよ リクサ、ローダは家に住んでいます 待って、私はあなたを待っています 私はあなたの一部を割っています 私はあなたの一部を割っています Lauf, 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 da ist ne Kanone. Oye. Ach so, okay, alles klar. Das ist wieder so ein passiver Mitspieler. Oh, das ist schon ein bisschen kniffliger jetzt. Okay. 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 So, sie ist gefallen. Deswegen wundere ich mich, warum ich hier bin. So, jetzt kann ich mehr. Oh, das war knapp. Das war knapp. 300. Hä, wo ist er denn? Da liegt er. Da liegt er. Hat er noch 3 Schuss? Gucken, ob das funktioniert. Bam! Headshot! so ist das richtig das war doch meine galaktion hat schaut vom feinsten meine herren genau bisher beeindruckt von eurer tat euer weis stehen war eine große für uns herrwander ganz zuntersagen unsererseits ohne eure hilfe hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft ohne zu einen gegner zu besiegen und folgt nicht zu verursachen euch schon gemacht ist trost doch der grund für die katastrophe und auch für hier wenn wir das nicht wussten und richtig wurde uns noch ein wenig gesellschaft leisten und erlauben euch erzählen was er zu bedanken hat das schicksal da uns zusammengefügt das war mehr als töricht solch eine glückliche füge zu vergräuten vielleicht können wir einander von nutzen sein in der tat ich hätte identische gedanken schön als wäre es geregelt aber lasst uns jetzt nicht länger als nötig herumstehen wie wäre es mit einer führung durch das labor hier entlang ja 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 Ja. Aber ich weiß nicht, dass ich diese Stadt kennenlernen kann. Aber wir sind in einem anderen Welt. Schau dich, Krifton. Wir sind sicher, dass wir hier in dieser Welt sind. Aber wenn wir die Frau im Gesicht haben, dass diese Krifton... Nein, mein Vater... Ja. Ja, Krifto, wir können auch diesen Menschen gehen. H-Hime-Sama? Ja, das stimmt. Das ist gut. Wenn diese Menschen zusammen mit vielen Städten aufhören, dann könnte man sich die Hände zu finden. Ja. Ich bin schon von Hime-Sama und zwei. Ich habe es nicht so, was ich? Wuhahaha! Das ist gut, gut! Wenn ihr euch so, wie ein Mann, dann werden wir alle wieder aufgeregt. Wunderbar? Schön! Ja... Ich habe mich in der Tür geflogen. Aber was das denn? Herr Rilke, Was schon? Was schon? Was schon? Was schon? Ein Felsen! Flugfelsen! Interessant! Was anderes! Wow! Schaut mal durch das Fenster Moment Mal, fliegen wir etwas? Die Wolken? Es scheint so, wir waren doch gerade noch in dem Institut Kann das wirklich sein? Das Institut, das fliegt Hier unbeindruckt mit ein bisschen raffinierter Magischer Ingenieurkunde haben wir das Institut in einen Luftschiff verwandelt Das Wolken, den Wolkenprescher Nun können wir dir erkennen, wie es uns beliebt Na endlich! Und keine Sorge, wir haben alle wichtigen Einrichtungen und Annehmlichkeiten an Bord Der Wolkenprescher ist nun ein mehr als gut Ausgehörter Wild-Himmelskreuzer Jejeje Obwohl wir Obwohl wir jetzt für den Moment Perplex wegen den Geschehnissen bin ich jetzt komplett beeindruckt Fliegende Schiffe sind sehr Fliegende Schiffe sind sehr wundervoll In der Tat Wir sind aufgestiegen Luftschluck Fliegen durch Luft Wie groß ist Höhe vom Flug Was ist das für ein Deutsch Ihr seid in Sorge zu viel Ihr seid in Sorge zu viel Schwebt durchs Himmel sicherlich große Zufriedenstellungen Als an Bord zu warten Durch Schlamm oder Und seht was für eine Unterhaltsame Kameraden wir haben gefunden Wir sind Mit maximalem Glück Aber Plan war Dass wir reisen allein Nur wir zwei Aga Ich Ich nachgeben mich Ja Zarevana Wir sind ein Großen Segen in der Tat Ura Freunde Freunde Schenke ich euch mit Einen Danküberhalten Und meine Großkönig Kameradschaft So tut es auch Peri Willkommen an Bord Ich kann es immer noch nicht glauben Wie viele Freundschaften Den wir dort unten in Inge Geschlossen haben Cool Wir können uns in der Tat glücklich schätzen Auch nun müssen wir eine Gruppe aus Eine Gruppe auserwählter Bestimmte werden die die Feinde auf der Schlachtwelt Eingegentritt Eine Gruppe aus Aus Was Eine Gruppe aus Wälter Auserwählter 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 Eine Gruppe auserwählter Ja Ja Kind Je mehr desto besser Es mag mit vielen Situationen zugreifen Aber gerade mit den Schlachtwelten Kann in allzu großen Gruppen Auch hinterlich sein Nur das ist nur locker Eine große Streitmacht Kann leichter Vom Feind entdeckt werden Und mit der Bewegungsfreiheit In den Kampf Könnte jedenfalls Das ist eingeschränkt werden Was ist mein Junge Was du heute kannst besorgen Verschiebe es nicht auf morgen Jumi Hiermit übertrage ich dir die Verantwortung mit einer Gruppe zusammenzustellen Was Wo mir Die Fähigkeit Dafür Eigene Gruppen auszuwählen Richtige Aufgaben für einen Hauptmann So Beachte das einfach mal als eine Art Also Test also an der Arbeit Ja siehste Jumi Kriegst immer Arbeit ne Du bist als Anführerin geboren So Viel Erfolg Hauptmann Hey Junge schließen sich der Gruppe an Jee Da gebe ich erstmal ein Wörterbuch Wie lerne ich lesen Und Ne So So Königin kombinant Kombatantin 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 Okay alles da Schlagfertigkeit auf jeden Fall Faustwirbel und so ne So kurz So und der Stab Okay Der loyale Lanzenträger Okay Alles klar Und 4 0 0 Warum 0 0 Ach kein Level ab Okay Alles klar Wolkenprescher Ich liebe es das zu sagen Und wie gefällt es euch hier? Einfach umwerfen Aber es wäre wie eine gewöhnliche Stadt Nur eben ohne Wolken Ich fühle mich fast wie im Traum Ich begreife nicht wie ein Gefährt von solcher Größe in sich in der Luft halten kann Könnte es nur sein dass sie ihm erlaubt Natürlich Der Generator So ist es Der Generator den ihr beschützt habt ist derselbe der Der jetzt das Herz des Wolken